jo leute was geht euer bgc klan ist wieder am start und heute mit einer neuen folge das war was neues einfallen lassen okay aber gerade hatte ich blackout außerdem wurde es auch noch mal gecattet das so wie spielt clubhaus das wäre vielleicht gut zu erwähnen kleiner tipp links oben in der necke was werden wir so was werden sie wohl bei ecco oder pro ecco alter nein nicht bändet wenn ich mal ein toller bahn oder vielleicht mehr weg dann kann unten nervig werden oder im bad spielt was hast du so lange bist du vor ihren fenster schließt hosen runter ich gehe mal auf garage ich glaube unser random lebt nicht lang oh ein kastell jetzt lebt er länger ja sehr kluge entscheidung außer er wirft mir das ding gegen kopf dann nicht ich bin doch ich bin da kannst du mir die fünf hp die das ding abzieht wieder geben oder wenn du mir auf die eier gehst du dann mache ich das für einen richtigen miem dock ich werde dich anschießen und wenn du dann auf der spritze schreist dann werde ich die spritze rausnehmen und sie mir selbst in den arm drücken und am besten dabei sterben jemand kennst du nicht das ist total böses meme doch doch das kenne ich i reinforced zwischen die bomben was also eins vielleicht aber wenn ich hier in wien richtiger ist das hier außen richtung construction ab macht josef kannst du auch da noch ein rotation roll machen hinter dem tisch in der ecke ich habe mir doch eine drohne gehört achtung hier wurden gedroht ja ich habe die drohne zahl gekriegt sie nach südosten aus also lange ja was wenn ich wenn ich die schüttel interessen das ist das selbst die wand offen hier jose fast unten ist der schaff die ganze stadt wieder ja genau da steht einer ganz hinten noch auf dem haus aber wir kommen sie jetzt ja ja garage war vorgarage war ja es ist was ich ja danke denn alles kann ich nicht mit mir mal jetzt habe ich die cam genommen und hab seine sicht nicht p90 alter beste knall zu püriere feuer power aber ich würde mal sagen wenn ihr wirklich richtig gute spektation wollte braucht den spectator aber den kriegte nicht so leicht weil dafür braucht den custom match es geht nur darum dass meine kleber modul drei kills gemacht hast aber ein gott irgendwann verteidigt man halt der wird es halt immer wichtig in dem spiel geht es um langweilige kurs So ist Bass-Taxi, ich hab deinen Ace gestohlen. Was hast du gestohlen? Ich hab dir deinen Ace. Oh! Oh! Das tut mir ja richtig weh. Ihr habt vor allem zwei auf die Ash geschossen und habt zueinander gebraucht, bis ihr umgekippt ist. Noch fünf Sekunden. Doch, war noch. Die Dude, so du dienen, wollen's wissen. Los geht's. Ich glaub, der ist wichtig. Warum hat der Kessel eigentlich schon Chani recht? Das weiß ich nicht. Ah, Contact Nate. Hat eine Rotation gemacht. Achso. Ich hab eine Rotation gemacht und da war bis hin zu nah. Süd-Osten, sie kommen bei Garage. Oh Gott. Gott sagen, ich rotiere rum, aber da sind ja, Josef und Julia. Äh, hier hat einer reingeschossen. Fenster hier ist offen. Kann doch mal gucken. Die andere Süd-Osten, die haben jetzt noch die letzte Außencamp. Da kam auch eine Drohne rein. Ruf. Achtung, Fius. Der ist direkt über mir. Genau da. Über dir oder am Fenster? Ja, direkt über mir. Der ist auf dem Vor-Dach. Die Außenwand ist auch offen. Da sehe ich auch direkt einen, der repellt gerade nach oben. Ich glaube in B, das Fenster ist offen. Bin mir aber nicht sicher. Ja. Ey, reiß doch nicht alles auf, du Lappen. Ich hab einen guten Grund, warum ich das hier alles zumache. Weg, 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 weg. Oh, da, bei mir ist ja noch. Ja, wow, Alter. Danke. Ach. Ich hab einen, aber der ist ganz oben. Ne, warte, unten. Der ist getroppt. Beim Hedge jetzt, äh, diesem Vorraum. Okay, der ist tot. Kessel hat ihn. Nein, das war ich, aber egal. Nomad ist noch im Leben. Ja, Nomad hat mit. Ich bin jetzt halt hier auch. Nomad sollst reingesprungen. Ja, Nomad stimmt, ja. Okay, der letzte war Fetcher, Jürgen, den glaub ich. Danke. Das ist... Nomad war ein B. Ah, ist rot über mir. An der Tür von B. Und du hast keine Trä... Ah, du hast noch nicht drin. Hat auch getroppt, natürlich. Für den Fall der Fälle. Nein, hast du die T9. Ja, ich will es eigentlich zu den 9 einsetzen. Nur noch fünfzehn Sekunden. Pin. Zehn Sekunden noch. Fünf Sekunden. Oh, ich glaub das wird nichts. Oh doch, es wird mal was. Gerade so verhindert. Gerade so. Last minute. Der Hedge auf war und unten auch, das war ganz kritisch. Äh... Zwei Hedges. Äh... Reinforcement Star, genau. Und eins... Äh, der Ding ist... Eins brauch ich noch hier. Mann. Ähm... Da. Und da. Ja. Also lieber erst mal rechts. Ich hab noch zwei Wände. Ah, okay. Dann auf der anderen Seite auch noch. Ist der Container dicht? Keine Ahnung. Ja? Ich glaub Josef hat er gerade da, oder? Ich hab Container zugemacht. Ja. Ja, dann eine Kralle hin und dann kommt keiner damit mehr rein. Ich hab ne Kralle da keine. Leider hat der Khajiit das Set am Ende, ne? Ja. Achtung, ich schließe dich jetzt aus müssen, ja? Warte, warte, warte. Bist du wieder rein? Ja. Dann komm ran hier. Das ist Julia hier. Wichtig ist, dass ich jetzt noch Kitschen im Auge habe. Ja. Das stimmt. Okay. Herzflagwenser aktiviert. Äh. Front vielleicht zu machen? Kann er machen? Gut, da kann man durch. Ich chill und pass auf, dass keiner Front kommt. Oho. Guck mal kurz den Camps durch. Ah, außen kürzt schon alle. Schade. Oh, sie wollen, äh, ein paar Reihen. Oh ja, Bar ist auch ein Schildträger dabei. Ah, wo ist die Bar? Ah, wo ist die Bar? Ah, ist die Bar? Ah, ist die Bar? Ist die Bar? Ist die Bar? Ich bin grad weg. Ich bin grad weg. Hey, chill doch mal. Oh, die macht den Hedge auf. Nicht mehr lange. Tade. Hat nicht geklappt. Da ist einer, den siehe. Der rennt da bei den Stairs rauf. In der Toilette. Der läuft immer noch den Stairs. Quetschen ist keiner im Moment. Doch hier. Oben drüber. Zu Josef geht einer. Ja, das... Der ist auf den Stairs. Zwei Leute sogar. Oh Gott, die Füße bei mir. Nice. Fuck, ich bin tot. Josef, da kommt noch einer. Ja. Ja, ich war's, aber... Ja, 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 ja. Das ist ganz ungünstig. Nein, 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 nicht zu... Der rennt zu schnell. Aber jetzt ist er hier. Der bäde oben. 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 Und... Montani jetzt hier vorne. Das ist der bäde dabei. Das ist der bäde. Der bäde oben. Montani kommt den gang lang. Montani ist bei mir. Ja. das war es dann das war es dann kam von rechts und die anderen von links ich kann genau nix machen es hat nicht gereicht es hat nicht gereicht ich war so breiter das war genau der schuss meines lebens aber es hat nicht gereicht du siehst richtig wie sie beide getroffen wurden und sie nicht stirbt weil ich genau sie geämt habe aber ist egal ich habe den ganzen tag halt nicht so viel gegessen und seit mehreren wochen lebe ich nur davon fertig pizza weil wir keinen scheiß ofen haben sorry aber ich werde verhungern pizza die hättest nicht meine welt jemand da gar nicht so ungesund ist es geht also es ist es ist nicht so übertrieben ist dick und das ist relativ okay wenn zum beispiel so ist die mozarella oder so ist ja eben so das hätte ich schon mit die ganzen ballaststoffe und kohlenhydrate also kohlenhydrate und so weiter kommt sie gut weg aber es ist halt irgendwie die fehlt was generell fehlt dir irgendwie ach so dass okay weißt du so wenn du richtig bock auf keine ahnung mal so ein bisschen tomaten hast oder so ein bisschen mehr bock auf irgendetwas leichteres oder irgendwie mal wieder bock auf was schönes vertiert ist keine ahnung irgendetwas wo du bisschen oder so brat fanden was eine richtig geile falle oder so ein schöner eintopf weil das ist ja nicht bei der pizza es frittierte ich bin ein ziemlich guter schnitzel koch und für mich ist das bedauerlich schnitzel geht immer ja ist halt geil aber ich meine ich kann auch ohne überleben nur ist halt schade wenn ich einfach gar nichts kochen kann wo ich es gemütet er will einen hopflash mit nennen ok ich hab ihn let's go warte ich gebe noch mal dröhnchen hinterher garage spielt auf jeden fall aber ich sehe nicht also er muss unten so hat der joker drohne ist auch weg ok wenn du coverst dann plant ich jetzt ja du musst dich in der garage planer waren glaube ich ich könnte ja haben wir nach rechts kriech um die ecke egal ja geh halt down jäger das war doch ein schöner blend ja auch einen hier rumlaufen ja die wäcker ist garage entweder wird es jetzt eine cam oder sie rennt raus also der letzte ist vigil die andere ist weg und das mal so elementar festzuhalten wird man nach den kitchen head gucken und ansonsten garage secure wäre auch nicht schlecht warte mal josef ich schau mal kannst du schon mal ausschießen wenn du willst mit dem redest du bist du spielst doch normalerweise es jetzt hast du mich total irritiert aber der wende im spielter ist ich war voll bereit für ein bisschen team play jetzt bitte ist garages also du kannst den kirchenjob aufmachen die kirche ist äh der äh die ruke läuft oben im bad gut gespottet hier ist irgendwo eine weg im bad und der ruke läuft oben rum der ruke? ja ok nicht gut ich würde mal rumlaufen ich weiß leider auch nicht wo die webcam ist bist du kitchen drin? ich bin kitchen drin ja wo hast du immer gespottet? ja ich werde gespottet ich weiß nur nicht von wo josef ich kann dann gleich weg holen wenn er noch mal fort da ein Ding ist aimst du da ab? dann guck ich nach der webcam warte von unten wird geschossen ah da ist der webcam ach ne über mir ist ne echo drohne on me on me dock 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 on me jaa ich bin doch schon aufm weg du hast doch da hinten musst du noch irgendjemand zahlen ja da hinten im ex liegt es neu jaa da ich schon fuck da war noch ne webcam ich hab nen kran ja war jetzt auch ne konzentration mehr über die stream ich hab die jokard drunter mit äh ich hab zwei jokard drunter mit ja ich hab mich auch schon erwischt ok hast du die wäckung hier auf den gang ist rot ok ah wir sind noch ganz gut jetzt halt ah ah der kraftkran ist bei mir im Raum guter spotman der claimer hast dazugelernt ich hab keine drohne mehr willst du drohnen? ja kann ich machen warte ich lauf kurz zum bad raus ah jemand ist oben fuck ich hab keine drohne mehr der rook ist oben aber der rook ist immer noch oben ja ja er dropped garage hier obi unten äh echo ist unten da kannst du dich nicht so gut aber hemmen der macht nicht alle vorsichtig die diffuser holen genau grad aus da ist er nehm dir den diffuser und äh ja entscharfer ist jetzt gesichert genau der ist wahrscheinlich ja es bleiben noch 15 sekunden ok time ist tick und du musst rein 10 sekunden kapkar trepp trepp euer war halt gut ich hab's grad noch gemerkt im kopf deswegen hab ich auch gesagt du musst dich beeilen weil du die kapkar trepp noch ausschalten musst also ich meine es war jetzt nicht gewusst aber ich hatte es mir gedacht weil wenn ich kapkarn wäre ich würde immer dort eine treppe ran machen immer rechts unten weil der winkel so klein ist ja weißt du dir alle tiefen Namen objektiv nö aber weil du legst die kapkarn trepps immer dorthin wo es so schön eng ist zwischen äh Türrahmen und Wand und der kapkarn hat es gewusst er hat dich dort hingelegt warte seit wann hat man einen weißen Punkt bei der Türrahmen ich glaub das ist normal ich glaub das ist normal weißer Punkt ich hab keinen Punkt äh in der Drohne ne nicht Cache äh Fitness ja aber ich hab das bei euren allen Drohnen äh ja das ist wenn du in der Zuschauerperspektive bist da hast du diesen Mauspunkt den hatte ich auch ne Zeit lang ich hab grad eben ja das ist das ist ein visual ok 5 Sekunden den gibt's schon ziemlich lange aber es ist nichts Schlimmes hast du den jetzt noch im aim? du hast den du hast den dort der random indiffuser ja warum hab ich den fallen lassen? ja aber ich hab doch gar nicht die Tasse dafür gedrückt der Bergwürdig mit der Drohne vielleicht zu lange AFK gestand naja ne ne wo ist er denn? er wird nicht raus er wird's nicht wissen wo ist die Ash denn jetzt? dir zu drüben bist du? ich bin über der Ash an der komm rüber oh Kavera wollt unten rausrennen ok in der Moment ich kann ja mal rumrennen und äh wir machen zusammen mal hinten auf tschak warte muss da nichts anbringen ne muss nichts machen komm sofort fahren danger drüben das und auch noch die kavera ausrennen kann undier Pois ne ich hab grad unser planned ach NE Nee, das war immer anders. Egal, ich hab ihn erwischt. Und du hast mein Leben gerettet. Ja, bitte, gangeschehen, dafür hört mich er hier oben. Äh... Ja, klar. Ja, es hat nicht so lange gehalten, wie es aussieht. Wo ist das denn? Im Bad drin. Genau, es sieht gleich meine Fias, aber es gilt. Bad offen? Ich glaube nicht. Aber wo die Software jetzt so verreckt ist, meine ich. Nein, aber in dem Raum ist rechts, äh, links die ganze Wand offen. Okay. Und da hinterm Bett sitzt der Jäger, aber der ist mittlerweile tot. Werfer Blastgranate! Würd ich schon sagen, blätt' ich jetzt gerne, aber kann ich nicht. Ah, 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 ah. Mann. Höfisch! Ist ein anderer Raum drin. Ach, Scheiße, ich schmeiß' da. Fährt doch endlich zu Lappen, Alter. Wahrscheinlich hinten rumrennen. Komm, 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 komm! Alter, was hat er denn für'n Stress? Ja, alles, alles richtig. Er hat doch richtig reagiert. Ja, aber er soll nicht so schreien. Ja... Julia, das ist deine Aufgabe und jetzt. Ja, ich war's hier. Okay, jetzt endlich wieder da. Ah, ich kann mich sehen lassen. Finally. Sagt mal alle tschüss zum Livestream. Ja, jetzt lasst mich zuerst noch die Abmode machen. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Endlich mal wieder eine halbwegs annehmbare Runde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Glocke und lasst uns einen Kommentar da.